Flying Collar Rig. Lohnt es sich, mit dem Flying Collar Rig hier am Nordmeer zu angeln? Braucht man die Montage oder ist es nur nice to have? Naja, solche Fische braucht man natürlich nicht und so macht es natürlich auch keinen Bock irgendwie damit zu angeln. Denn es ist gar nicht so leicht, dass es hier richtig schön effektiv und auch rund läuft das Ganze. Das Flying Collar Rig ist ein bisschen tricky. Man kann es ganz gut nutzen beim Schleppen, man kann es so gerade auch nutzen. Also auf dem Meer jetzt gerade unterwegs mit einkurbeln, also locker über den Grund ziehen und dann einfach nur hoffen, dass irgendwann ein Fisch reinballert und zack reinziehen. Oder eben einfach nur bommeln lassen und mit der Drift Stück für Stück warten, dass man eben weitergetrieben wird und dann geht irgendwann der Biss rein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten das zu verwenden. Je nach Möglichkeit oder je nach Art, die man verwendet, sollte man dann das Vorfach anpassen. Die Vorfachslängen, je länger das Vorfach ist, also je schneller man ist, so rum angefangen, umso länger sollte das Vorfach sein. Das heißt, wenn du hier richtig am Schleppen bist, im Trollinggang relativ schnell unterwegs bist, dann tendenziell eher ein längeres Vorfach verwenden und wenn du eher langsam unterwegs bist oder bommeln lässt, dann einfach ein kürzeres Vorfach hier verwenden. Wir gucken gleich nochmal eben rein in das Set, das ist ja relativ simpel. Zack, die Klische. Ja und dafür ist dieses Set eigentlich Doggerschabe, Klische, Scholle, Steinbutt. Also das sind so die Mainfische, dafür sollte die Montage eigentlich gedacht sein. Also für die Plattfische, klassische Plattfischmontage, wir gucken gerade mal eben rein, relativ simpel. Das Ganze funktioniert ausschließlich mit Bootsrouten. Das ist ein bisschen tricky, denn relativ schnell bekommt man im Meeresangeln irgendwann die Montage freigeschaltet. Flying Collar Rig, Running Leisure Rig hier oben, hier sind die schon relativ schnell. Aber in diesem Bereich lohnt die sich absolut nicht. Das heißt, wenn du irgendwann mit deiner Pilgroute unterwegs bist und dich freust, Alter, geil, nächste Montage und es geht weiter. Ja nee, diese Dinger lohnen sich erst ab der leichten oder ab den Bootsrouten. Und Bootsrouten wiederum lohnen sich eigentlich erst ab der mittleren Bootsroute und da dann auch direkt die Beste, der Besten, der Besten mit Auszeichnung. Also da lohnen sich dann auch tatsächlich nur zum Beispiel die Poseidon 8050. Die Frage kommt auch immer wieder, soll ich die Montage nehmen? Soll ich die und die Montage? Aber die lohnen sich nicht. Ihr macht am meisten fette XP und am meisten Silber vor allem auch mit der einfachen Pilgmontage auf der Sensi. Ganz, ganz, ganz simpel Stück für Stück weiterkämpfen. Ab 75% geht es dann richtig steil vorwärts mit den Beifängern. Aber am meisten Cash macht man eben einfach mit der Sensi und dann da die HSV, die Venga drauf. Am Anfang vielleicht mit der HSV, wenn man noch nichts anderes hat. Auch übrigens wirklich gut wäre die Overlord, die es dann zum Weihnachtsmarkt hin wieder gibt für 18.000. Auch das absolut lohnenswert. Da geht noch mal mehr Schnur drauf als auf die Venga. Jetzt haben wir hier 516 Meter drauf, bei der Venga wären es 430 Meter, also deutlich mehr Schnurkapazität bei der Overlord. Ja, also lohnt es sich? Nein, weitermachen mit den Pilgen, mit der Pilgrute. Ab der Poseidon, das wäre hier ein Setup, was man natürlich gut verwenden kann, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, aber trotzdem Endgame-mäßig oder immerhin mit 180 Kilo Setup unterwegs sein will. Die Poseidon 8050, haben wir ja da oben rechts stehen, Poseidon 8050 und dazu die Tiger LTD 40. Die Kombination ist die günstigste Kombination für das Angeln am Nordmeer mit einem Setup, was 180 Kilo tragen kann. Plus, du kannst dann die Bremse zumachen und dann komplett über das Getriebe die Fische reinziehen. Also, das Getriebe ist stark genug von dieser Tiger LTD 40, um eben auch mit 180 Kilo Setup und geschlossener Bremse hier auf dicke Brocken zu gehen. Kommen wir wieder zurück zum Flying Collar Rig. Das ist natürlich auch etwas, was viele verwenden, um die Herausforderung zu machen. Es gibt die Herausforderung, am Meer mit Flying Collar Rig einen Plattfisch zu fangen. Das ist auch gar nicht so einfach. Hier haben wir es, Flying Collar Rig, Fange. Ich habe damit die Scholle gefangen, das ging relativ schnell tatsächlich bei mir. Hier sind die Würmer, der Grüne ist es tatsächlich, habe ich gerade auch wieder in Verwendung. Das ist er hier, der Grüne. Also, das klappt tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt hier gerade mit einem 6-0-Haken unterwegs, mal ein bisschen kleiner gerade unterwegs. Und was ich jetzt auch gerade vermehrt teste, ich bin jetzt hier auf der 30er Sandbank. So, nochmal eben auswerfen. Ja, und ich war gerade im Stream, im Livestream vom Black Pace und er meinte, jau, auf dem 30er soll da was gehen. Da wurde schon irgendwas berichtet, dass da mit dem Flying Collar Rig eben die Plattfische ganz gut laufen sollen. Hier speziell auf dem 30er. Und ich habe ein bisschen rumgesucht und habe tatsächlich mehrere Beiträge auch schon gefunden. International, dass eben hier immer mal wieder, na guck. Ah, falsche Taste. Dass eben hier immer mal wieder was gefangen wird. Und ja, deswegen teste ich das jetzt einfach auch nochmal mit verschiedenen Ködern. Allerdings, wenn man jetzt in die Rekorde reinschaut, sieht man eben auch nochmal gänzlich andere Köder. Und man kann das bestimmt auch mit einer ganz anderen Montage auch noch testen. Und das machen wir auch gleich nochmal. Also, ja, schön, Lische, Doggerschabe, was auch immer, nehme ich alles mit. Was ich jetzt, wie gesagt, mache, auswerfen damit. Und dann gerade mit Tempo 20 locker langsam einkurbeln. Also jetzt hier in die Richtung geworfen. Wir haben Grundberührung. Einfach das lockere Einkurbeln. Automatisch einkurbeln habe ich ja schon ein Video zugemacht. Ich verlinke das nochmal, wie das geht. Und dadurch, dass man das ja mittlerweile nicht mehr so ganz einfach machen kann, muss man da ein paar Einstellungen machen. Vielleicht in Windows oder man legt sich einfach was auf die Tastatur und kurbelt dann darüber ein. Aber so klappt das zumindest schon mal ganz entspannt. Und sobald dann eben hier der Biss kommt, sobald der angezeigt wird, dann natürlich schnell reinziehen, anschlagen vielleicht nochmal, dass der Fisch dann auch richtig gut hakt. Mal nochmal eben gucken, wie tief sind wir hier. 34, zack, 2 Meter drüber. Machen wir also Stopp. Jetzt lasse ich das noch ein bisschen bommeln. Jawohl. Und da ist er wieder weg gewesen. Also wieder ein bisschen runterlassen. Jawohl. Und dann ein bisschen warten. Also man kann das auch direkt so machen. Locker auswerfen, nur runterlassen. Man kann auch einen Schnurclip setzen. Zack, auf die 30 Meter oder 32 Meter. Und dann einfach nur flach über dem Grund bommeln lassen. Dann aber wie gesagt hier von der Montage oder von der Mundschnur ein bisschen kürzer vielleicht noch reingehen. Und wenn man dann mit dem Trollinggang unterwegs ist, vielleicht dann doch nochmal deutlich länger reingehen. Das waren Infos, wo das Nordmeer neu war von RF4 zu der Montage. Oder dass es da sich quasi empfiehlt, je schneller man halt unterwegs ist, umso länger sollte die Mundschnur dann sein. Bock, da geht dann doch noch was rein. Ja, was ich jetzt gerade nochmal ein bisschen gemacht habe. Ich habe absinken lassen, leicht wieder eingekurbelt. Immer so ein ganz bisschen nur wieder absinken lassen, wieder ein bisschen eingekurbelt. Auch das scheint hier nochmal ein bisschen zu triggern. Ich werfe jetzt aber nochmal eine andere Montage aus. Und zwar nochmal ganz klassisch jetzt mit der Pilgrute. Also machen wir das Ganze doch mal nach mit der Pilgrute oder halt ansatzweise. Und auch das wäre halt für mich zum Testen interessant, denn die Pilgrute hat einfach viel mehr Köder. Bedeutet, wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Einfach hier klassisch mit der Venga, schön hier auf 60 Kilo. Wie man es kennt hier vielleicht einfach mit dem Lurker. Und dann machen wir hier noch einen schönen Zusatzhaken drauf. Hier machen wir mal auch einen größeren, 6.0er. So, dann haben wir hier natürlich auch die Quicker zur Auswahl. Wenn wir sie zur Auswahl haben, wenn wir sie noch nicht zur Auswahl haben als Beifänger, dann gehen wir natürlich nicht mit der Pilgrute-Montage hier rein, sondern mit der Jig-Montage. Also, dann wird hier gejiggt. Benutzen das Ganze jetzt also komplett auf grün. Und ich fahre natürlich auch nochmal wieder zurück, dass wir hier schön genau auf der 30 sind. So, da sehen wir im Echolot, wie das hier ist vom Untergrund. Schön wieder mittendrauf auf dem Spot. Jawollo. Und dann raus. Nein, wir wollen in die Richtung wollen wir, ne? Ne, doch nicht. Wir wollen in die Richtung. Genau, in die Richtung werfen wir jetzt. Zack, locker flockig aus. Und auch jetzt hier kurbel ich langsam ein. Auf der Venga machen wir jetzt einfach Tempo 20. Das Ganze sinkt natürlich jetzt erstmal langsam runter. Dadurch, dass da jetzt die ganzen Beifängern dran sind, sinkt das viel langsamer runter. Wenn du hier mit der Jig-Montage bist, bist du viel schneller auf dem Grund. Und kannst damit dann viel schneller auch anfangen. Und dann kurbel ich jetzt relativ langsam ein. Zack, sofort kommt der Biss. Affengeil, so will ich das haben. Wenn das jetzt auch noch der Zielfisch ist, dann ist natürlich alles super, ne? Wenn jetzt hier die Plattfische draufgehen, dann werde ich hier aber durchziehen. Denn jetzt habe ich nicht nur einen Köder, der funktioniert und triggert. Jetzt habe ich hier halt vier Köder dran, die triggern können. Und das ist natürlich deutlich besser und deutlich entspannter, wenn man eben damit die Plattfische bangeln kann. Na, ist das ein Platter? Macht sich gerade noch ein bisschen schwer. Vielleicht ist es auch einfach wieder der nächste Kabeljau oder einfach ein Köder. Das müssen wir jetzt rauskriegen. Und das dauert natürlich wieder. Also, dementsprechend testet man und testet und testet. Und was testet man? Farben testet man natürlich wieder. Also, wenn der Köhler die ganze Zeit auf grün gehen würde und man will den Köhler nicht, dann nimmt man einfach mal rot. Und so weiter und so weiter. Es ist der Kabeljau. Also, zwei, dreimal noch werfen. Wenn sich da jetzt also immer wieder und immer wieder die gleichen Fische auf die gleichen Köder fokussiert haben, dann wissen wir also, alles klar, an der Stelle zu diesen Wetterbedingungen und Temperaturen haben die Fische gerade Bock. Und zwar die Fische, die wir nicht haben wollen, auf diese Köder. Also, ändern wir dann die Köder auf eine andere Farbe und haben dann hoffentlich irgendwann unsere Zielfische. So, locker reinziehen. Tempo 20. Ja, vielleicht sogar noch langsamer. Machen wir, glaube ich, sogar nur Tempo 10. Was auch gerade passiert ist, ich hatte gerade noch Bewegung in Grundnähe und schon hört es natürlich auf, weil durch das Ziehen, wir sind ja ja da oben, durch das Ziehen gehen die natürlich auch relativ schnell nach oben, die Köder. Und schon sind wir nicht mehr in Grundnähe und da wollen wir ja hin. Das ist natürlich auch der Vorteil dann von diesen Rigs, von diesem Flying Collar Rig. Wir haben das schwere Blei, was runterhängt, wir haben den Köder weiter oben, der halt rumbummelt, aber die ganze Zeit zieht das schwere Blei eben die Montage schön nach unten. Und das ist ja der große Knackpunkt. Das macht diese Montage eben auch so praktisch eben, dass man dann eben auf längere Zeit in Grundnähe, zack, und bis rumhantieren kann. 31 Meter tief. Trotzdem jetzt noch weiter ein bisschen testen, was hier so reingeht und was sich lohnt. Am 30er. Die wollen wir nicht. Die wollen wir partout nicht. Ich mache nochmal eine Änderung. Jigmontage. Wir haben bei dem Köder eine maximale Hakengröße von 4. Das bedeutet, wir können hier einen, also 4,0, wir können hier einen 4,0er drauf machen. 84 Gramm kann ich das, 84 Gramm habe ich jetzt hier, machen wir den drauf, trägt das, ja, das trägt. Also werfen wir nochmal wieder aus. Jetzt mit der Jigmontage. Auch natürlich mit den ganzen Beifängern. Nur 84 Gramm. Wir hatten ja gerade 100 Gramm drauf. Das heißt, jetzt geht es eigentlich nochmal wieder langsamer runter. Ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn wir hier die leichten oder das leichte Set haben. Aber wir haben ja auch dadurch die Chance, im Absinken Bisse zu bekommen. Ich bleibe trotzdem nochmal bei Tempo 10, relativ langsam und versuche jetzt hier einfach locker die ganze Zeit über den Grund zu ziehen. Und da kommt schon der Biss. Hervorragend. Jetzt natürlich mit Shift reinkurbeln, gleich nochmal anschlagen und hoffen, dass da was reinballert. Warum suche ich die Klische, warum suche ich die Doggerschabe, Jan? Mir fehlen die Fische noch. Ich habe sie einfach partout in den ganzen Jahren Nordmeer jetzt noch nicht einmal gefangen. Und jetzt wird es auch irgendwann mal Zeit, dass die irgendwann mal reingehen. Deswegen muss ich hier einfach mal ran ausprobieren, testen und testen und testen. Und zwar explizit auf diese Fischarten testen. Irgendwann müssen die halt reingehen und irgendwann werden sie auch reingehen. Und wenn es einfach noch ein paar Stunden mehr braucht hier an Boots-Tickets, irgendwann hat man sie dann einfach auch drin. So, komm ran hier. Komm ran hier. Steinboot würde ich übrigens auch mitnehmen, ne? Nur nicht, dass der Steinboot sich denkt, oh ja, ich muss jetzt hier nicht raus aus dem Wasser. Steinboot nehme ich auch gerne mit als Trophy. Darf gerne. So. Macht sich auch wieder ein bisschen schwer. Alter, voll da. So, komm ran hier. Aber jetzt, nee, ne? Alter, ja, das ist crazy. Das ist ja mal crazy, Alter. Lange nicht gesehen. Blau-Flossen-Thun-Fisch, ey. Elf Kilo. Alter. Elf Kilo Dosen-Fisch. Nicht schlecht. Witziges Teil. Was hat er gefressen? Wir gucken mal direkt rein. Er hat gefressen den Quicker. Alter. Den Quicker. Ja, ich habe ja nur den einen Quicker drauf. Er kann ja nichts anderes gefressen haben. Also, komplett auf den Quicker gegangen. Hammerhart, ey. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Ich ziehe jetzt hier weiter durch. Aber ich glaube, wir haben auch sämtliche Themen nochmal rund um das Flying Collarick kurz angesprochen. Ähm, wie auf die Plattfische natürlich auch. Und ja, erstmal pilken, pilken, pilken. Bis 100 Prozent. Und dann irgendwann was Besseres kaufen. Also, das lohnt sich am ehesten. Viel, viel, viel sparen. Und vor allem auch sparen jetzt, obballer, schon wieder bis. Vor allem auch sparen jetzt für den Weihnachtsmarkt. Und vielleicht mal überlegen, ob man sich nicht für günstige nur 18.000 richtig schöne Overlord-Rollen leisten kann. Vielleicht klappt das ja noch bis dahin. Dann hat man zumindest richtig, richtig gute Rollen. Ob es für Skarpfenangeln ist oder tatsächlich auch hier fürs Meeresangeln. Zumindest für den Staat am Meer. Und dann kann man später eben dann sich was Größeres und was Besseres leisten. Na, guck. Also, es scheint hier zu gehen. Ich werde das mit dieser Montage jetzt noch ein bisschen weiter durchziehen. Denn das mit dem Flying Collarick, Alden, ich sage dir, die Frequenz ist einfach unterirdisch. Aber es ist schon sehr eindeutig, dass da eben die Plattfische draufgehen. Immerhin. So, aber nun, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4. Und ansonsten immer mal wieder ein bisschen RF4. Und zur Zeit auch sowas wie Landwirtschaftssimulator. Bis dahin, Petri. Bis dahin, Petri.